Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freunde, ich bin immer noch verletzt. Aber es geht Schritt für Schritt vorwärts und ich bin optimistisch, dieses Jahr noch auf dem Sattel sitzen zu können. Und das wird auch in doppelter Hinsicht langsam echt mal Zeit, denn a bin ich tierisch motiviert wieder Fahrrad zu fahren und b geht mir langsam so ein bisschen das Archivmaterial für meinen YouTube-Kanal aus. Und so habe ich heute ein paar Moodshots, die ich Ende Mai diesen Jahrespreis aufgenommen habe und sie zeigen mich auf einer guten Morgenrunde über Halte Ruhe, Wart und Hoppenburg. Ich hatte mir damals die GoPro Hero 9 neu gekauft und den MaxLens Mod zum ersten Mal getestet. Leben wir es also zurück und genießen eine Handvoll Minuten wunderschöner Sonnenaufgänge auf meinem persönlichen Lieblingssaal. Leben wir an. Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020